Jawoll! Küsch gewinnt! Mit über einer Sekunde... Senderzentrum, bereit machen für einen Senderwechsel. Okay, habt ihr alle gehört? SF2, wir wechseln zum italienischen Sender. Da, da, da! Machen wir eigentlich! Hey, Didier! Super, wie immer! Weiss ich viel mal! Die Römer kommen erst um 8 auf dem Doppelkanal, okay? Nachrichten, ready? Die sind eh immer bereit. Ich mach mal Pause. Also gut, dann halt. Sie wird ja wohl nicht ausgerechnet jetzt auf den Kinderkanal zappen. Du sag mal, wo sind eigentlich die Pflugsaurier? Die, äh, die proben für den nächsten Topfilm. Mehr drin für Sie. Swisscom TV mit über 160 Sendern und mehr als 1000 Topfilmen auf Knopfdruck. Neu auch als VivoCasa. Mit Internet und Festnetz in einem Paket. Ja. Ja.